Hallo und Herdschuh kommt zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Und ja, ich werde euch jetzt zeigen, erstmal hier mit dem Schwarzmarkt reden, und danach werde ich euch beide Wege zeigen, ich werde sie zusammenschneiden. Verkaufen? Ne, nix. Gut, ich werde auf jeden Fall failen, ich weiß es. Es gibt den linken Weg, es gibt den rechten Weg. Ich werde hier, glaube ich, erstmal rechts gehen, ich glaube, das war El Gigante, wenn nicht, dann links. Oder, 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 oder. Ja, allerdings nehmen wir erstmal links. Ich glaube, das ist die schwerere Seite, denke ich mal. Denn rechts, glaube ich, geht jeder. Gut, dann gehen wir mal nach links. Ich mag links nicht. Ich bin Linkshänder, wusstet ihr das schon, das ist toll, oder? Ja. Ähm. Ja, wenn ihr was wissen wollt, oder so, schreibt es in die Comments, oder irgendwas, was ich irgendwie labern soll, oder ob ich irgendwas labern soll, oder. Das hört jetzt nicht, das hört jetzt nicht wie die gleiche Frage an wie vorher. Okay, das ist die schwere Seite. Mit den beiden Ketten, äh, mit den, äh, ich sag nichts. Hört zwar an wie die letzte Frage, aber das ist eher anders. Egal. Was? Das wollte ich nicht. Versteck dich. Komm nicht raus, bevor du irgendwie, weiß ich nicht, Bananen kacken kannst, oder so. Moment, Spielstopp. Okay. Los. Was? Wie du blödsich? Bist du blöd? Mein Gott, stirb. Gut. Ähm, der Weg ist kacke. Genau, kacke. Klack. 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 Messer, wie gesagt. Stirb. 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 Äh, null Schüsse. Man, die Waffe geht zu schnell, wer? Leer, meine ich. Gut. Es kommt jetzt irgendwo, jemand, irgendwo her. Was? Heulgabel. Bauer Friedrich. Friedrich Blauer. Bauer. Friedrich, die Bauerkenne. Bam. Ähm, ja. Ja, ja, ja. I'm firing my laser. Was, stirb? Klar. Nein. Stirb. Ich glaub, der Parasit, den Parasit müssen wir abschießen. Dann. Ich hasse es. Guckt euch mal die Reichweite an, von dem Teil. Da, habt ihr's gesehen? So. Gut, gib mir Sachen. Ja, okay, das ist, okay, akzeptabel. Ähm. Ich freu mich, dass ich ohne Ashley umlaufen kann. Ja, 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 das ist gut. Toll, voll daneben geschossen, ey. Klar. Bauerin Grab. Äh, Bauerlin, äh, Bauerin, wie heißt die denn jetzt? Äh, äh, äh. Ich muss einen alten Namen finden. Ähm, 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 ähm. Gisela. Genau, Bauerin Gisela. Ja. Ähm. Ja, hier, lieber Betty ohne Namen. Oder Buddy ohne Namen. Ich weiß den Namen immer noch nicht, tut mir leid. Hier ist dieser andere Weg, den ich dir gesagt hab, mit den beiden, du weißt schon. Ich will's jetzt nicht vorwegnehmen. Klar, 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 klar. Klar, neben mir, links, 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 lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ach, das ist sogar keiner. Hehe, scheiße. Immer schön auf diesen hässlichen Parasiten schießen. Klack. Äh, klack. Äh, klack. Klack. Genau so. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ganz einfach. Weg. Oder ich werd das im nächsten Video zeigen, den anderen Weg, weil dann muss ich mich hier nicht beeilen. Kann ich das schön, ähm, ruhig machen, wenn gleich wird etwas sehr lange dauern und ich weiß, dass jetzt die meisten gleich wegschalten werden. Denn das dauert wirklich lange und ich muss es so machen, weil ich hab keine Lust zu sterben. Ähm, logisch, sinnvoll, alles. GoHitlo, habt ihr es gehört? Ich weiß nicht, ob die Sound, äh, Ingame-Sound wieder gut ist, aber, oder mal gut war. Aber auf jeden Fall hat er gerade GoHitlo gesagt und... Scheiße, ich liebe es ja, ne? Ach, ich will nicht. Meine Fresse, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und die sind so gruselig. Ja, die sind gruselig. Nein, nicht umwerfen, bitte nicht, bitte, ich muss doch mal runter. Nein, 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 nein. Ihr wisst ja nicht, worum es geht, aber es sieht vielleicht nach einem El Gigante aus. Ja, 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 höh, hättet ihr wohl gerne. Da. Schaut euch das an. Mann, sieht die nicht gruselig aus? Und die kommt von mir runter. Und da ist noch eine. Nein, 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 nein. Warte, warte, lass mich, ey, Alter, du Spasti, ey, lass mich in Ruhe. Ey, nee, nein, 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 nein. Oh. Ey, ich hab grad voll den Adrenalinrausch hier. Bäh, bäh. Was, da ist schon eine? Ah. Runter, 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 runter. Oh, da. Oh. 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 Leon, Mann, John, ich will Ashley. Gut. Äh, geh ich hier hoch, alles einfach. Ähm. Bah. Da, die sind unten, die sind unten. Genau das wollte ich nämlich, dass die hier unten stehen. Ist das jetzt leer? Äh. Stirb. Stirb. Handgranate auch nochmal. Stirb einfach. Stirb. Ganz einfach. Stirb, bitte. Los. Stirb, 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 stirb. Ja, ja. Die erste ist weg, die erste ist weg. Ja. Ja, stirb. Äh, ich mein. Äh. Nee, oder? Ha. So wird das nämlich gemacht. Oh, yeah. Yeah. Boah. Das war so knapp, meine Güte. Boah. Ich kann nicht nämlich hier hin. Das ist alles nur für das. Ja. Für das hier. Ja. Ich werde mal versuchen, zurückzugehen und den anderen Weg dann gehen. Weiß ich, ob das klappt, aber... Ich werde es versuchen, ja. Ja, für euch. Nur für euch. Ohne, nur für euch. Ohne für euch. Nur für euch. No, ein Schuss, ey. Und dann macht er so Faxen. Oh, Mann, 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 Mann. Boah. Ich bin froh, das geschafft zu haben. Ich meine... Oh. Puh. Sorry, dass ich gerade ins Mikro gepustet habe. Oder dass ich eben so laut war, vielleicht. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Aber... Boah. Das war so... Oh. Das war so kacke. Kacke, kacke, kacke. Oh. Naja. Jetzt habt ihr es gesehen. Gucken, ob ich jetzt noch den anderen Weg gehen kann. Also, dann werde ich ja speichern, weil... Keine Lust, das nochmal zu machen. Ihr versteht's. Stimmt. Wahrscheinlich. Ihr seid cool. Bitte. Ja. Gut, 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 gut. Ähm, der nächste Weg ist eigentlich auch schwer, eigentlich. Aber, ähm, ja. Halt schneller, würde ich sagen. Also verkaufen wir unseren Rubin, den wir bekommen haben. Aber ich habe es nur deswegen gemacht. Ähm, da. Rubin. Gut. Ja, 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 ja. Come back in die Tour. Jo, jo, jo. Speichern wir mal. Hm, war das erste wieder? Ach, ich weiß gar nicht, wie froh ich bin, das geschafft zu haben. Ja, 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 ja. Ich habe, glaube ich... Warte mal. Ich weiß, glaube ich, den Namen wieder von den beiden Mädchen, die da gerade waren. Diese Frauen. Ach, nee, doch nicht. Irgendwas mit Schwestern. Das waren fünfmal Schwestern. Das weiß ich. Mein Mann, nämlich, ähm, später kann man so in den Schießstand gehen. Da kriegt man so Kronkorken und da steht das dann. Was das für Leute sind, wie die heißen und so. Hm. Schlag mich tot, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja, 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 ja. Ah, ich muss ja einen Schnitt machen. Oh, nein. Ich will keinen Schnitt machen. Da, ihr seht schon. Kann man abschießen. Man sieht nämlich, wenn der Laserpointer einen Punkt angeht, kann man dagegen schießen. Da hinten sind, ähm, Stahlfesseln an der Tür. Hm. Wie das hier wohl ausgehen wird. Was hier wohl passieren wird. Das alles in der nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 4. Bei Säcki. Bei Säcki. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.